Oh, wie schön! Oh, wie schön! Boah! Guten Tag! Du siehst aber toll aus! Ja... Hallo! Warte mal kurz, ich stell mich, glaube ich, hier kurz hin und mach mal einen Screenshot, dann kann ich das nämlich mal als, äh, Thumbnail nehmen. Obwohl, ich weiß nicht ob, dann hat die GEMA bestimmt wieder Probleme, wenn ich hier den Fernseher fotografiere, wegen Urheberrecht und so. Ja, wahrscheinlich. Das auch lieber mal, ne? Oder warte mal, lass uns hier mal kurz hinstellen, so vor die Treppe, oder, genau, vor die Treppe? Nein, da rutscht mir runter. Oh nein, okay. Wenn wir unten machen. Vor der Treppe. So. Ah, okay. Äh. Das geht aber nicht so wirklich gut, hier einen Screenshot zu machen. Warum? Ich weiß nicht. Ist nicht so schön. Ich glaub, jetzt darfst du hier jetzt eigentlich auch drücken? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht, ich glaub schon. Ich glaub, essen darf ich auch. Ich hab deine Lieblingsbezüge gemacht. Nein. Okay. Oh! Herr Kater, über die Straße ist weg von der Stadt für ein paar Wochen. Er fragte sich, ob du seine E-Mail für ihn konzentrieren könntest. Oh, und dein Freund Pierce hat mich geholfen. Ich bin sicher, dass er eine verrückte neue Get-Rich-Scheme hat. Oh, das Pierce. So ein Karte. Und jemanden namens Dex hat vorhin gestartet. Ich kenn ihn nicht, also habe ich ihn einfach weggebracht. Okay. Ich glaub, ich hörte, Timmy das Papier zuvor. Könntest du es holen, Lieber? Okay, aber natürlich. Screenshot. Warte mal, ich muss mal gucken, bis die beiden nach vorne gucken kommen. Komm zurück. Ah, okay. Ist zu weit weg. Guck nach vorne. Ich guck doch die ganze Zeit nach vorne, aber du guckst nicht nach vorne. Bei mir guckst du die ganze Zeit auf den Boden, so. Fertig. Okay. Meinen Screenshot wird man sich dann auch in meinem Steam-Profil-Dingsbums angucken können. Yay. Wie hast du den Screenshot gemacht? Ich hoffe mal, deine Aufnahme ist jetzt nicht abgebrochen. Nö. Okay, gut. Morgen. Oh, ich wundere, was heute passiert ist in der Welt. Da fahren. Komm, ich hab die Zeitung. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, jetzt ist die Zeitung. Wundere, was du wundere. Wundere, wenn du dich auf die Pflichter kommen möchtest? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, schon ins Auto. Willst du fahren? Ja. Manno. Aber schön auf den Verkehr achten, als ob sichere Geschwindigkeit. Der Fußgänger und Storpschilder anhalten. Also so 300 kmh? Ne, darf ich noch gar nicht. Das investigators ist, dass dir für dich wieder nach oben kommen. Was würde ich sein für mich? Das ist ja doof. Ich spiele hier so, da, ich kann nichts umfahren. Jetzt, was ist das, was du sagst? Das ist falsch. Das ist alles. Ich kann nicht warten, bis zum Lagen dieses Wochenende zu gehen. Ich höre, die Fische wirklich beitzen. Die Fische... Was hast du gesagt? Ich fahre jetzt einfach geradeaus. Ich lenke jetzt einfach geradeaus. Okay. Dann ist das natürlich eine sehr schöne Physik. Ich kann doch nicht mal anhalten. Das ist voll blöd. Lol. Ich stecke auf. Ich kann nicht aussteigen, das ist ja doof. Ich weiß. Ich darf nichts umfahren. Oh, schade. Ja. Warum machen wir sowas? Das ist ja langweilig. Ja, weil wir unter Druck wären. Hier sind wir. Warum nicht du dich glatt handeln? Wir haben Zeit. Willst du dir? Ich geh du mal vor. Okay, ich geh vor. Winke, winke, hallo. Checkpoint erreicht. Hallo. Ich habe mein Bein gefunden. Ich bin zu dämlich. Ich brauche das. Das Gesundheits-Pick-up. Gingeln. Aw, danke. Ich bin zu dämlich. Hallo. Und mich will der nicht fotografieren. Fotografier! Oh, schade. Ich wollte ihn gerade ins Gesicht schlagen. Da ist er weg. Darfst du nicht. Mann, hof. Lagen verboten. Oh, meine Stars. Es ist der Präsident. Hi, Howard. Was der... We don't use that kind of language here in Steelport. Jetzt werden sie aber alle aggressiv. Hört sich irgendwie mehr an wie Tiere. Okay. Und sie sind zu dumm, eine Tür aufzumachen. Ja. Oder so. Mann weiß es nicht, was die für Probleme haben. Wer der f*** sind Sie? Und wie der f*** bin ich hierher? Ich will aber fahren. Darfst du nicht. Okay, dann entkommen. Jetzt darf ich Leute umfahren. Hallo? Kenzie? Kenzie, wo bist du? Endlich! Hör mir an. Keine Zeit, um zu erklären. Aber du musst frei. Frei? Von was? Das, was du in bist, ist nicht real. Was, was du tun hast, musst du stoppen. Ich... ...ein Auto fahren. Okay, gut. Es gibt eine Brücke neben dir. Geh da und gib mir einen Moment. Hast du eine männliche Stimme? Nein. Also fährst nicht du das Car, sondern... Äh, also fahr nicht ich das Car, sondern du. Ja. Ja, bei mir hat er gesagt, I'm driving a car. Also, mein Fuzzi. Wie, me? Die Simulation ist all über Normalität. Plezantrie, Ordnung, all die Dinge, die du möchtest. Geh weiter. Unlässt dich. Ich glaube, wir sollen nur die Polizei-Isten töten, oder? Ja, da hinten kommen noch welche. Und hier treffen muss gelernt sein. Oh, lol, jetzt fährt er rückwärts. Ist ja wie bei GTA. Ja, auch da kommen ja welche. Und ich muss erst mal wieder nachladen. Wie kann man noch mal Leute als Geisel nehmen? Äh, wird dann angezeigt. Ich glaube, mit F habe ich das gemacht. Ah, okay. Bin ich immer sehr praktisch. Okay, die sind zu doof, um Auto zu fahren. Deswegen muss ich die leider töten. Tut mir echt leid. Ich dachte ja immer, die kommen zu mir, aber nein. Oh, schau dich doch, ich könnte den jetzt finishen. Geh doch, was hast du denn? Hättest du mir wohl Bescheid gesagt, dann hätte ich mich da reingestellt. Mach mal, da ist noch ein Zapfsteule. Warte Gott. Oh, die fahren ja alle weg. Ich glaube, wir müssen nur noch den töten. Stell dich mal rein. Okay, warte kurz. Ich stelle mich zu dem Heuer. Wie geht's? Okay, man hat kein Leben. Ui. Finishen! Ach nee, kann ich hier gar nicht. Er muss aufstehen. Ach ja, mit E. Guck mal. Mit E? Ach nee, kann ich nicht mehr, weil er schon tot ist. Schade. Ja. Hör auf, ich schreibe dir etwas. Ja. Du bist auch. Nein, kriegst du mich. Find den Kattenfunkten, ich lasse dir ein Präsent. Oh, mein Gott, das ist mein Liebes. Hallo. Es ist gut, dass der Präsent ist. So ein Mann, das ist ein Mann. Du machst großartig. Die Simulation ist... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warte, 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 warte. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, mein Gott. Das war ich. Wir schießen uns hier eher gegenseitig. Hallo. Ja, was? Wo steht der? Ach da. Hallo. Das ist ja doof. Ich will ja nicht pushen, oder was? Ja, genau. Ich hoffe, dass du deine letzte Mal genießen kannst. Tod. Bye, bye. Ja. Jetzt gucken wir uns nur das letzte Filmchen an und dann hören wir, denke ich auch erst mal. Machen wir erst mal einen kleinen Cut, oder? So. Ja. Folge vorbei. Ja, könnten wir ja rein theoretisch machen. Das ist cool, das würde ich auch können. Ja. Ja. Das finde ich aber nett von dem. Ja. Ich auch. Es regnet. Nein, es schneit. Ach so, okay. Schneit Aliens. Mal wieder I believe I can fly. Und so. Ich finde das komisch, dass sie es immer wieder überlebt. Ja. Ich finde das, das ist der Satan-Empire. Aber heute ist dein Glück. Heute, du kannst du ein Teil von einem neuen Programmierkaufgaben. Ich werde dich auf deine Schulden und ich werde dich empfehlen, dass du in der Simulation 31 seinst. Du hast einen Grund, um den Präsidenten der USA zu retten. So, ein Angeln nehmen wir Tal. Also ich hatte auch einen sehr angenommenen Tag. Wie geht's dir so? Ja, dann würde ich sagen, war's das mit der zweiten Folge mittlerweile? Genau. Weiß ich gar nicht. Ja, die Einleitung habt ihr jetzt gesehen. Müssen wir mal gucken, wie lang's ist und wie viele Teile wir schneiden? Äh, 42 Minuten. Ich würd sagen 2. Würde ich sagen auch. Ja, das passt. Ja, okay. Gut, dann geht's gleich weiter. Genau, im dritten Part wieder. Bis dann. Tschüss.